Hallo liebe Freunde des Teilen, Reparieren und Selbermachen. Mein Name ist Martin und ich heiße euch herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir wollen alle Themen rund um den Bereich offene Werkstätten hier besprechen und Informationen darüber teilen und mit euch in Austausch kommen. Und wir richten uns vor allem an Leute, die auch gerne eine offene Werkstatt aufmachen möchten und gerade mit dem Gedanken spielen, aber auch Leute, die schon weiter sind und eine betreiben und sich in irgendeinem FabLab, Makerspace oder was auch immer in einer offenen Werkstatt engagieren. Und aber auch Leute, die sagen, Mensch offene Werkstatt, um was geht es denn da? Die sich so ein allgemeines Bild oder einen Überblick darüber verschaffen möchten. Und wir, wer sind wir? Wir sind eine Gruppe von ungefähr 30 bis 40 Freiwilligen, die seit 2015 in Stuttgart die erste offene Werkstatt betreiben, den Hobbyhimmel. Und das machen wir recht erfolgreich und wurden auch schon von vielen Seiten gefragt, wie macht ihr das? Wie löst ihr das? Habt ihr uns Infos dazu? Und deswegen haben wir uns überlegt, wir packen das alles jetzt mal in Videoformat. Das heißt, wir möchten euch hier Informationen über die Prozesse, über Dokumente, über die Buchhaltung, über rechtliche Themen, über die Maschinenausstattung, alles, was eben dazugehört, möchten wir euch hier vermitteln. Und so, dass ihr einfach Informationen rausziehen könnt oder einen einfacheren Start bei eurem Projekt habt. Und die Frage ist, warum machen wir das Ganze? Es gibt noch viel zu wenige offene Werkstätten aus unserer Sicht. In Deutschland gibt es knapp 200, die darunter zählen zum Verbund offener Werkstätten. Aber in Relation, ich vergleiche das immer mit Bibliotheken. Bibliotheken gibt es zwischen 10.000 und 14.000, je nachdem, welche Quelle man sich da anschaut. Und in Bibliotheken wird auch Wissen geteilt über Bücher. Und nicht jeder braucht jedes Buch zu besitzen, nur um es ab und zu mal zu lesen. Und genauso muss nicht jeder jedes Werkzeug besitzen, um es ab und zu mal zu benutzen. Und deswegen sehe ich das immer so, überall, wo eine Bibliothek ist, in jedem Stadtteil oder in jedem kleinen Ort, sollte es eben auch einen gemeinschaftlich genutzten Werkstattraum geben. Weil wir dadurch einfach ressourcenmäßig viel effizienter unterwegs sein können. Das heißt, durch Teilen und durch Reparieren und selber machen, durch diesen Sharing-Ansatz, können wir einfach sehr ökologisch und ressourcenschonend unterwegs sein. Und deswegen wollen wir einfach dieses Thema offene Werkstätten mehr in die Bevölkerung bringen und der Verbreitung, die Verbreitung unterstützen. Das heißt, wenn euch das Thema interessiert, bleibt dabei, schaut wieder rein, gebt uns Feedback zu den Videos und bis zum nächsten Mal. Nein, nein, ich fahre so gut, ich lau dir auf. Würde ich gleich so lassen, oder? Ich hab keinen Bock mehr. Nächste Versuch. Ich hab keinen Bock mehr. Na, 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 na.